hallo herzlich willkommen wie ihr seht habe ich hier meinen arbeitsplatz jetzt mal gerade in den wald verlegt und ich bin eigentlich auch froh dass ich mir das erlauben kann und hier so in der grünen natur einfach mal neue ideen sammeln kann neue kraft sammeln kann und wenn ich gleich wieder in meinem büro zurück bin dann ja jetzt freudig weiter kommen wir nun zum thema vielen dank dass sie hier auf meiner webseite sind und zwar geht es darum sie möchten mehr geld zur verfügung haben sie möchten sich bestimmte freiheiten leisten so wie ich hier zum beispiel in dem wald spazieren gehen reich wird man nur durch sparen oder besser gesagt nur das geld was man nicht ausgibt ist verdientes geld und wie das genau geht das erfahrt ihr in meinem ebook was ich euch hier anbiete und ich kann euch nur sagen das ebook ist das tausendfache von dem wert was es kostet also wenn euch das wirklich interessiert und ihr auch ja so wie ich ein selbstbestimmtes leben führen wollt dann tragt euch da unten ein bestellt euch das buch und da freue mich wenn es euch gefällt und wenn ihr mir eine nachricht schickt